Ich bin endlich mal wieder draußen unterwegs und habe Zeit und die Möglichkeit die Milchstraße zu fotografieren. Lang war es jetzt leider nicht möglich, weil es immer bewölkt war. Wir haben jetzt immer noch ein bisschen Schleierwolken, aber ich sage mal, das ist jetzt okay für den Fall. Ich will einfach mal wieder rausgehen und wieder die Milchstraße fotografieren. Das machen wir jetzt gerade. Wir sind hier oberhalb von Heiterbachs. Heiterbach ist hier hinten in diese Richtung. Da ist es schön dunkler, aber das stört uns nicht. Ist nur für die Location. Hinter mir, was man da sieht, das ist Nargold. Nargold stört in dem Fall auch nicht, weil die Milchstraße ist nämlich genau in diese Richtung. Richtung Süden, also zumindest das Zentrum davon. Und die A7-4 macht gerade schon ein paar Aufnahmen davon. Der Plan ist es, ein Panorama von der Milchstraße zu machen. Zumindest erstmal die Sterne. Und zwar drei Bilder übereinander. Zwei Bilder nebeneinander. Heißt sechs Bilder nur für die Milchstraße. Ich fotografiere auf 24 Millimeter mit der Sony A7-4 auf Blende 1.8 und eine Belichtungszeit von einer Minute. Eine Minute heißt, die Bilder sind getrackt. Und zwar mit dem Move-Shot-Move-Tracker. Den habe ich hier dafür, den verwende ich schon seit zwei, drei Jahren oder sowas. Ich bin absolut zufrieden mit dem. Und die Aufnahmen laufen jetzt gerade. Wenn jetzt die Aufnahmen von der Milchstraße fertig sind, dann suche ich mir einen Vordergrund dafür. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich nehme. Ich muss noch ein bisschen rumgucken. Hier, man sieht es leider nicht ganz genau. Das ist ein einzelner freistellender Baum. Vielleicht nehme ich den irgendwie mit ein bisschen Light-Painting mit dazu. Oder alternativ in die Richtung ist auch noch eine Baumgruppe. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die gucke ich mir jetzt schon mal, gucke ich mir noch ein bisschen genauer an. Aber jeweils 10 Meter, 20 oder 30 Meter in die Richtung sind ein bisschen Bäume. Und das werde ich dann später in Photoshop miteinander verrechnen. Mittlerweile ist der Mond auch aufgegangen. Man sieht ihn wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber hier hinten ist er gerade so über den Horizont gekommen. Mond ist natürlich immer ein Problem, weil er leuchtet stärker als die anderen das normalerweise tun. Aber wir sehen es gerade am letzten Panel von den Stack-Aufnahmen. Das heißt, das läuft jetzt noch 8 Minuten. Und dann sind wir damit fertig. Das ist schon mal okay. Der Mond ist noch relativ schwach, da er halt so nahe über den Horizont auch noch ist. Und es ist ein Halbmond. Oder nicht ganz. Es ist ein bisschen weniger als der Halbmond. Aber auf jeden Fall wird er nachher noch ein bisschen mehr leuchten. Wir nutzen das aber, oder ich nutze es dann auf jeden Fall trotzdem zum Vorteil. und warte dann einfach noch ein bisschen, bis er weiter draußen ist. Und dann die Bäume, die ich noch für den Vordergrund nehmen möchte, dass die ein bisschen ausleuchtet. Einfach, dass die ein bisschen heller sind und ich nicht ganz so ewig lang belichten wollte. Das ist, sag ich mal, in dem Fall echt okay. Mond ist auf jeden Fall so ein Thema, was immer ein bisschen mit reinspielen kann. Deshalb mache ich zuerst die Aufnahmen von der Milchstraße. Einfach, damit es möglichst dunkel ist und ich ein bestmögliches, bestmögliches Ergebnis kriegen kann. Also dann laufen wir in Richtung von dem Baum, den ich jetzt gefunden habe und aufnehmen möchte. Der Baum hier hinter mir, der ist jetzt das Motiv. Ich belichte jetzt erstmal für vier Minuten, dass ich eine schöne Silhouette von dem Baum habe. Das macht es mir eventuell später leichter, dann den Baum vom Himmel quasi zu trennen und die Milchstraße einzufügen. Wie gesagt, das läuft jetzt vier Minuten und danach fange ich mal an mit kürzeren Belichtungszeiten. Einfach von diversen Richtungen, von links, von rechts, den Baum ein bisschen mit meiner Tonnenlampe hier auszuleuchten. Und einfach dadurch mehr Details reinzukriegen. Es ist gut, dass ich zuerst die Milchstraße fotografiert habe, weil mittlerweile sind ein paar Wolken aufgezogen und die machen jetzt die Milchstraße dicht. Das sieht sie leider nicht mehr und von daher lassen wir das jetzt einfach mal laufen. Wenn dir das Video zur Milchstraßenaufnahme gefallen hat, dann würde ich mir jetzt einfach über Like freuen. Ich bin auch fertig mit den Light Pending Aufnahmen für den Baum. Ich habe mehrere Aufnahmen gemacht. Ich werde es im Nachgang aussortieren. Was taugt was, was auch nichts. Und ja, die Einstellungen dafür waren 10 Sekunden Belichtungszeit, ISO 400, Blende 4. Das hat ganz gut funktioniert. Einmal um die Maske von dem kompletten Baum zu nehmen. Abzüglich der Bewegung durch den Wind, also der Bewegung der Blätter. Das war bei ISO 200, vier Minuten, Blende 5, 6. Das sieht ganz gut aus. Trotzdem nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal.